Heute gibt es eine richtig coole Minecraft Mod und zwar die Tiny Mob Farm Mod und das Ganze, ja ich habe ein Anzeigen Hauptmeisterkostüm an, weil ich habe die ganzen Mob Farmen auf den ganzen Servern jetzt sperren lassen, die nehmen viel zu viel Platz weg, die parken einfach komplett falsch, man muss jetzt hier auf diese billigen Sachen hier umsteigen, nein das war natürlich alles Spaß, ich habe den einfach weil ich woanders unterwegs war. Es dreht sich heute alles hier um diese Tiny Mob Farms, die sind richtig richtig cool, weil so könnt ihr Mob Farmen bauen, ohne dass diese viel Platz verschwenden, erstmal der Aufbau ist einfach, ihr braucht diesen Kasten und darunter muss einfach eine Kiste sein. Wenn ihr Rechtsklick drauf macht, steht hier, dass ein Lasso benötigt wird. Hier in dem Modpack kann man übrigens auch Dark Mode einschalten, ich wollte es euch nur gezeigt haben. Und mit diesem Lasso hier, das muss ich hier reinlegen, aber da ist noch gar nichts passiert. Ich muss mit diesem Lasso nämlich einen Mob einfangen und es dann hier reinlegen. Wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Ich gebe mir jetzt erstmal eine Kuh. Hier ist die Kuh, ich mache Rechtsklick mit dem Lasso und jetzt steht hier auch beim Lasso, dass da eine Kuh mit drin ist. Und wenn ich wieder Rechtsklick mache, lasse ich die Kuh frei und jetzt habe ich sie wieder. Und jetzt gehen wir hier zur Wooden Mob Farm. Ich zeige euch mal das Crafting Rezept von der. Das Crafting Rezept sieht nämlich so aus. Bücher, dann braucht ihr Rotten Flash, dann braucht ihr Knochen, dann braucht ihr Strings und Gunpowder und die Mitte Glas. Das Ganze wird logischerweise noch gebraucht für die weiteren Upgrades, wo wir einfach später dazu kommen. Wir haben jetzt einmal die Kuh hier und jetzt lege ich einfach hier die Kuh da mal rein. Und wir sehen, da unten kommt ein Ladebalken und den warten wir jetzt mal kurz ab. Puh, also ihr seht, die Wooden Mob Farm, die braucht hier schon ziemlich lange zum Produzieren, aber wir sind jetzt hier gleich am Ende und dann aufgepasst, passiert folgendes. Es wurde hier aufgebraucht ein bisschen und wenn ich jetzt hier in die Kiste gucke, haben wir hier dreimal Raw Beef. Mega. Und das Coole ist auch, die Kuh seht man hier drin. Das ist mega. Und es läuft jetzt einfach so weiter, immer wieder. Da kann es auch sein, dass da Leder kommt und so könnt ihr sozusagen Fleisch und Leder farmen. Und jede Farm ist dann nochmal ein Ticken schneller. Also wenn wir hier schon mal den Vergleich sehen, hier das Ganze erstmal, wir haben die Möglichkeit, dass die Durability des Lassos runter geht und alle 50 Sekunden wird da Loot generiert. Wenn ich dann bei der Stein Farm gucke, ist das Ganze schon alle 40 Sekunden und der Loose der Durability ist auch anders aufgeteilt. Wir können das Ganze jetzt mal gucken, wie funktioniert das mit anderen Mobs. Wir haben ja hier noch ein paar, ich überlege mal so ein paar Standard Mobs. Gucken wir mal eine Turtle, was die halt so da jetzt produziert und wie das funktioniert. Wir nehmen das und ich probiere das jetzt hier bei der Stone Farm aus. Wir haben hier die Turtle, ich setze die hier rein. Ihr seht, es fängt an zu produzieren. In der Zeit checken wir einmal das Crafting Rezept der Stone Mob Farm. Und es sieht so aus, ihr braucht zweimal die Wutten Mob Farm und dann halt noch Stein, Obsidian und ein weiteres Bookshelf. Ja und wenn wir jetzt hier sehen, ja alle 40 Sekunden, die sind jetzt gleich durch. Und dann gucken wir mal, da müssten dann einfach, ich weiß nicht, kommt da überhaupt was raus aus der Turtle? Weil wenn man sie tötet, bekommt die eigentlich auch nichts. Schauen wir einfach mal und ihr seht, es ist am Ende und wir haben nichts bekommen. Und es war natürlich dämlich von mir, weil man bekommt ja die Scoots eigentlich nur von den Schildkrötenkindern. Ja, gut, okay, ihr dürft mich auslachen. Egal, ihr wisst das Prinzip, wir gehen jetzt weiter, weil das hier ist nochmal eine Nummer schneller. Guckt mal, das hier generiert alle 30 Sekunden und wir haben 50%ige Chance. Also die Sache, dass da Durability verloren geht, die wird immer geringer. Ich schaue jetzt mal, was haben wir denn hier? Mooshroom, die können wir nehmen. Zack, let's go. Oh, die droppt keine Pilze, die droppt dasselbe. Nein, das ist langweilig, Mann, mach mal weg. Wir wollen jetzt mal was krasses hier. Oh, eine Blaze. Okay, okay, eine Blaze-Farm, eine automatische. Das ist ja richtig easy. Guckt mal, hier, jetzt ist hier eine Blaze drin und alle 30 Sekunden bekomme ich eine Blaze-Rod. In der Zeit können wir auch das Crafting-Rezept uns wieder angucken. Und zwar ist es diesmal mit zwei Stone-Mob-Farmen und Blaze-Rods tatsächlich außenrum in der Mitte Obsidian und dann zweimal den Eisenblock. Das ist auch richtig crazy. So, dann schauen wir mal rein. Das Ding ist durch, hat nichts getroppt. Das Problem ist wahrscheinlich, weil Blazes generell nichts droppen. Oh, also, weil da halt generell vorkommen kann, dass die nichts droppen. Wir gucken jetzt nochmal. Komm schon. Was ist das? Jetzt fühle ich mich verarscht. Wir fühlen uns jetzt alle mal ein bisschen verarscht. Ich lasse das weiter durchlaufen. Ihr seht ja hier, guckt mal. Ich bin jetzt hier schon länger auf der Welt. Da, guckt mal. Funktioniert gut. Oh! Oh! Hier, äh, Turtles machen Seegras. Geil! Funktioniert, nice. Und hier muss halt irgendwann noch was passieren, hoffentlich. Nichts getroppt. Also, das check ich nicht ganz. Kann aber auch sein, ich muss die Blaze eventuell hier rausnehmen. Ich lege sie schon mal hier in diesen Inferno-Mob-Ding rein. Vielleicht brauche ich eine größere Stufe. Nee! Ey, ich fühle mich verarscht. Guckt mal. Also, hier, wie schnell das durchläuft. Und mit Blaze scheint das nicht zu funktionieren. Ich hab einen Bug gefunden. Komisch. Wir gehen erstmal hier an den Guardian jetzt. Ich hab den Guardian eingefangen. Wir gehen zur Goldfarm. Klatschen den hier rein. Und hier oben sehen wir einmal alle 20 Sekunden. Und die Durability geht nach und nach runter. Also, das wird halt immer besser. Das Crafting-Rezept sieht folgendermaßen aus. Blaze Rod. Gold. A Block of Gold. Dann Eye of Ender hier einmal außenrum. Und wir bekommen, ja, alle 20 Sekunden das Item. Nämlich hier Prismarinen-Charts. Also, perfekt. Und wie der hier reingequetscht ist. Hinten guckt noch der Schwanz raus. Finde ich aber cool. Und das hier verstehe ich nicht. Also, sorry. Lieber Mod-Ersteller. Bei der Blaze hast du Mist gebaut. Wir gehen weiter zum Diamant. Und da habe ich mir gedacht, wir gucken mal, ob es möglich ist, den Warden einzufangen. Aufgepasst. Pam. Eingefangen habe ich ihn. Jetzt muss ich nur noch das Lasso nehmen. Und wir packen den mal hier zu den Diamanten rein. Pam. Und gucken mal. Weil beim Diamantenspawner sieht die Sache so aus, dass wir einmal das zweimal Gold brauchen. Eye of Ender. Das hier. Gas trennen. Und so weiter. Und wir haben dann alle 10 Sekunden den Loot. Und wir bekommen immer einmal Schaden für das Lasso. Und es funktioniert. Wir bekommen Skulk-Katalyst hier. Und das, äh, ja, läuft easy. Wir können so eine Skulk-Katalyst-Farm machen. Hä? Mega nice. Als nächstes kommen wir zum Emerald-Mob-Farmer. Und der sieht so aus. Da braucht ihr vier Nether-Stars. Zweimal Diamanten-Mob-Farm. Gasträne und den Emerald-Block. Und dann habt ihr alle 5 Sekunden das Item. Was das Mob-Crop. Wir nehmen mal den Schalker hier. Zack. Habe ich eingefangen. Und dann kommt hier der Schalker rein. Und jetzt seht, guckt mal. Alle 5 Sekunden geht dieser Balken durch. Und wir haben hier Schalker-Shells. Zwei Stück. Jedes Mal. Alle 5 Sekunden. Das ist ziemlich OP. Dann, ähm, was sich jetzt bestimmt viele fragen. Hier, die verlieren an, äh, Durability. Ist es vielleicht möglich, die mit Mending zu verzaubern? Das werden wir gemeinsam herausfinden. Und wir ärgern uns weiter über die Blaze-Rod, dass das nicht funktioniert. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Inferno-Spawner. Der wird folgendermaßen hier gecraftet. Wir haben hier einmal wieder zwei Emerald-Spawner. Dann brauchen wir Drachenarten und Korus-Früchte und Nether-Star. Und dann haben wir halt jede Sekunde was. Also, ich glaube, es sind jede Sekunde. Ne, alle 0,5 Sekunden. Wir nehmen einmal hier den Evoker. Ich fange den ein. Ich packe den hier rein. Und dann sehen wir mal, wie krass das eskaliert hier. Wir bekommen... Oh mein Gott, Alter. Das hier ist ein anderes Mod-Item. Da gehen wir nicht drauf ein. Das gehört zu einer ganz anderen Mod. Aber ihr seht, äh, eine unendliche Totem-Farm. Das eskaliert komplett. Also, wenn ihr einen Evoker fangt, äh, Happy Birthday. Das funktioniert easy. Ich zerstöre das mal kurz, äh, beziehungsweise ich nehme es mal raus. Und dann haben wir hier noch den Ultimate-Mob-Farmer. Da ist die Sache so, ihr braucht zweimal Elytra. Ihr braucht die zweimal Inferno. Ihr braucht Schalker-Boxen, ihr braucht Drachen-Dingsbums. Und dann habt ihr alle zwei, was? 2,5 Sekunden. Okay. Okay, scheinbar ist der Ultimate-Mob-Farmer schlechter als der Inferno. Das kann eigentlich nicht sein. Ist jetzt scheinbar der Fall. Das tut mir leid an der Stelle. Und wir werden es so machen. Wir werden nämlich einmal jetzt den Wither spawnen. Und den werde ich einfangen. Komm, und... Wow, wow, wow. Shit, ich kann ihn nicht... Oh, Boss-Mobs kann man nicht einfangen. Das haben wir jetzt schon mal herausgefunden. Geil. Dann nehmen wir einfach das Wither-Skelet. Fangen das ein. So, einmal Wither-Skelett hier rein. Bam. Und ihr seht, der ist langsamer. Also, ist das hier die beste Variante. Inferno und dann erst Ultimate. Das ist ein bisschen blöd angeordnet. Aber so könnt ihr auch sozusagen halt den Wither-Kopf farmen. Jetzt, die Frage, die sich uns allen stellt, ist, kann ich das mit Mending verzaubern? Wir gucken mal. Ich nehme mir Mending. Ich nehme das Lasso. Und ich nehme mir ein Anvil her. Und dann gucken wir mal, ob das möglich ist. Ich nehme mal hier die Schalker-Box raus. Also, ich verzauber das hier. Und klatsche es hier rein. Und wir können es tatsächlich mit Mending verzaubern. Jetzt ist halt die Frage, gucken wir mal, ist die Kuh aufgebraucht? Nö, weil es auch so lange dauert. Ja, gut, okay. Ich kann es halt nicht beschädigen lassen. Aber guckt mal, wie gut das funktioniert. Wenn ich das jetzt hier rausnehme. Und wir machen das mal hier in den rein. Guck mal, das ist ja der, wo komplett eskaliert. Da ist ja eh die Kiste voll mit allem. Guck mal, machen wir mal hier das Freie. Guckt mal, wie schnell wir Leder und wie schnell wir Essen bekommen. Das ist richtig crazy. Und wenn wir halt noch hingehen und sagen, okay, wir machen Pickling-Zombies. Wo sind die? Zombie-Fight-Picklings nehmen wir. Und da fange ich eins ein mit Lasso. Unsere Gold-Farm, die halt so beliebt ist. Das so in jedem Projekt so richtig krass abgeht. Guck mal, nehmen wir raus. Und holen uns nochmal hier eins. Und dann sehen wir, wie schnell hier, ja, Gold auch produziert werden kann. Halt kein XP, aber ihr habt da eine Gold-Farm. Und es ist alles, alles, alles hier schön eingepackt. Und das finde ich einfach mega. Das ist richtig, richtig cool. Und so soll es auch sein. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, also die Mod-Review-Folge, lasst ein Like da. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für eine Mod soll ich euch noch vorstellen. Und gefällt euch die Mod? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und zieht euch jetzt rein die Skulk-Horde-Mod. Die hat es nämlich auch in sich.